Hallo, willkommen heute zu einem Get Ready With Me, beziehungsweise auch Tutorial, beziehungsweise auch ein paar Tipps. Und zwar soll es um Arbeit gehen. Ja, es gibt einige von euch, die wahrscheinlich einen Nebenjob haben und da denkt man sich immer, wie schminke ich mich, wie mache ich das schnell, wie sehe ich aus frisch und wie bleibt diese Frische auch mindestens 3-4 Stunden, beziehungsweise 5 Stunden. Und da habe ich ein paar Tipps für euch. Ich persönlich arbeite an der Kasse und da ist es natürlich ganz wichtig, ich weiß nicht, ihr wisst ja, wollt ja bestimmt auch, wenn ihr in den Supermarkt einkaufen geht, wollt ihr, dass da euch jemand entgegenblickt, beziehungsweise entgegenlächelt, der nicht wie der letzte Vollhorst aussieht und euch einigermaßen sympathisch entgegenlächelt. Deswegen werden wir jetzt als allererstes mit der Foundation anfangen. Ich habe besonders das Problem, dass meine Haut austrocknet und aus dem Grund ist es wirklich wichtig, dass ihr eine gute Feuchtigkeitscreme findet. Ähm, die das einigermaßen verhindert. Ich benutze im Moment eine von La Cura, also es ist eine vom Aldi. Ähm, sie ist eigentlich für reife Haut, aber ich finde sie gar nicht so schlecht. Und ja, diese solltet ihr am besten wirklich gründlich übers ganze Gesicht verteilen und gar nichts auslassen. Ähm, wenn ihr nun so wie ich an der Kasse arbeitet und eigentlich nicht wirklich Zeit habt, euer Make-up auszufrischen, ähm, könnt ihr einen Primer verwenden. Ich würde euch auf jeden Fall nur einen Primer empfehlen, wenn eure Haut nicht besonders schlecht ist, beziehungsweise extrem zu Unreinheiten neigt. Dann würde ich euch auf jeden Fall einen Primer nicht empfehlen, da natürlich einige Silikone da drin sind und das die Poren verstopft. Ähm, da ich aber nur zweimal die Woche arbeiten gehe und vielleicht höchstens einmal die Woche, ähm, feiern gehe, ähm, ist das so ganz okay. Natürlich nicht vergessen, ähm, abzuschminken und ja, auf jeden Fall verwende ich den Primer nicht immer. Der Primer ist von Kiko, den habe ich euch auch schon öfters gezeigt. Hat diese grüne Unterfarbe. Ich finde jetzt nicht, dass er besonders gegen Rötung hilft, aber, ähm, bei dem Preis könnte man nichts sagen. Ich glaube, so waren 10 Euro. Die gibt es in verschiedensten Farben und, ähm, ja. Aber ich werde mir demnächst mal einen neuen besorgen. Als nächstes ist nun die Foundation dran und da werde ich mein Ei verwenden. Ich habe es leider schon einmal benutzt gehabt. Ich würde euch empfehlen, es wirklich öfters, äh, zu waschen, gerade wenn ihr Probleme mit der Haut habt. Und, ähm, jetzt benutze ich die Max Factor All Day Flawless Foundation. Falls ihr eine Review sehen wollt, einfach bei dem Verlinken mal nachschauen. Und zwar, dieses Schwämmchen soll es ja auch jetzt demnächst bei Ebeln geben. Ich werde es nur kurz mal anfeuchten. Und, ähm, ja, ich bin mal gespannt. Ist schon da, ich bin mir eben gerade gar nicht sicher. Und das werde ich mir auf jeden Fall mal anschaffen und ich werde mal gucken, wie das so ist. Also, da bin ich echt gespannt, weil wenn man sich das dann spart, aus Hongkong zu bestellen oder sowas, wäre super praktisch. Und den richtigen Beauty Blender bin ich jetzt noch ein bisschen am zögern. Ähm, ich trage die Foundation, also hier auf Handrücken auf und tupfe die dann einfach, ja, aufs Gesicht. Ich habe die Foundation nun fertig aufgetragen und, ähm, ein paar wichtige Sachen, die ihr beachten solltet, gerade wenn man jetzt von Leuten in verschiedenen Blickwinkeln angeschaut wird, ist, dass zum Beispiel hier, was mir öfters auffällt bei anderen Menschen, ist, dass hier so ein Rand entsteht. Deswegen würde ich euch einfach empfehlen, mit dem Schwämmchen auch hier ein bisschen die Übergänge am Ohr zu machen. Vielleicht noch ein bisschen am Finger und, ja, einfach auch hier nicht vergessen, damit, ähm, die Übergänge einfach sauber wirken. Wenn ihr eine Foundation habt, ungefähr in der richtigen Farbe, sollte es eigentlich kein Problem sein. Aber manchmal dunkelt sie ja noch etwas nach. Und aus diesem Grund würde ich euch wirklich einfach empfehlen, auf die Übergänge zu achten, damit das alles ein bisschen natürlicher wirkt. Wenn man die Foundation mit diesen Schwämmchen aufträgt, finde ich, hat das einfach eine sehr schöne, natürliche, leichte Deckkraft und, ähm, natürlich, was ein super Nachteil ist, ähm, ist, dass sehr viel Foundation einfach verloren geht durch so ein Schwämmchen. Aber ich finde, für das Ergebnis lohnt sich's. Man hat weniger Streifen, man hat weniger Probleme mit Hautschüppchen und aus diesem Grund würde ich euch so einen Teil einfach weiter empfehlen. Als nächstes darf natürlich der Concealer bzw. das Camouflage nicht fehlen. Ich benutze immer noch das von Art Deco, das wird einfach nicht leerer, was ja eigentlich keine negative Sache ist. Ähm, ja, ich gehe ein bisschen in meine Augenringe, versuche das reinzutupfen. Und dadurch, dass ich so fette Augenringe habe, ist es eigentlich fast unmöglich, die komplett abzudecken. Damit ihr noch ein bisschen freundlicher wirkt und ein bisschen frisch im Gesicht habt, gerade jetzt im Sommer bzw. am Frühlingsbeginn, ähm, könnt ihr natürlich ein bisschen Blush verwenden. Ich benutze jetzt die Farbe Flamingo 07 von, ähm, Alverde. Ich finde, das ist eine ganz schöne Farbe, weil sie einfach matt ist und nicht glänzt. Ein bisschen Rougepinsel nehmen, reinnehmen, ich klopfe das immer ab. Und dann lache ich und, äh, mache ein bisschen die Apfelbäckchen. Mein nächster Tipp für euch, damit man die Pore nicht so erkennt. Weil wenn man, ähm, drüber streicht über Poren, werden die natürlich noch erkennbarer. Damit man Poren hört, weniger erkennt, ähm, kann man natürlich Puder einfach aufdrücken. Dafür braucht ihr hier so ein kleines Pättchen, die gibt es auch bei Ebelin, nicht teuer. Ich benutze jetzt noch das Catrice-Puder und der Farbe Honeybeige 030. Und, ähm, dafür nehme ich ein bisschen was drauf und, ich weiß nicht, ob man es jetzt gut erkennt, oh, ich habe hier ein Härchen, ähm, einfach drauf tupfen. Ihr werdet merken beim Unterschied, dass einfach eure Haut viel ehemäßiger wirkt und mehr diesen Püppchen-Ton, ich kann das Wort nicht aussprechen, T-E-I-N-T, ähm, Dings hat. Also, wirklich auf jeden Fall eine super Variante. Wenn ihr jetzt nämlich so drüber wischen würdet, würde man viel mehr Härchen erkennen. Also, auf jeden Fall Tipp von mir, einfach drauf drücken. Damit der ganze Look nicht zu langweilig wird, würde ich euch einfach mal empfehlen, einen bunten Lip Liner zu nehmen. Also, wenn ihr jetzt keinen bunten Eyeliner habt, beziehungsweise in der Farbe es einfach keinen gibt, schaut euch mal bei Lip Liner rum, da werdet ihr immer rosafarbene Sachen finden oder rotfarbene oder lilafarbene. In meinem Fall ist es jetzt so ein dunkler, flauem Ton. Ähm, man könnte meinen, das passt jetzt nicht mit dem Rouge zusammen, aber der Rouge ist eigentlich eher ein natürliches Rot. Also, ähm, ja, im Spiegel hier sieht es eben gerade ein bisschen anders aus. Aber auf jeden Fall ist es jetzt nichts Schlimmes, diese Farbe hier zu verwenden. Und ich werde euch jetzt zeigen, wie ich das machen werde. Das ist nun das Ergebnis und ich finde, es gibt einfach so einen kleinen, ähm, ja, Kick. Keine Angst, der Lip Liner ist Long Lasting. Und zwar ist er von Manhattan und er heißt Extreme Last Lip Liner, also er hält auch auf den Lippen ziemlich lange. Auf den Lippen ist er leider ein bisschen dunkel, aus diesem Grund habe ich mir gedacht, warum benutzt du ihn nicht einfach als Eyeliner. Und es klappt hervorragend, hält lange und, ähm, kann ich euch auf jeden Fall weiterempfehlen. Ihr könnt natürlich auch, damit eure Augen einfach ein bisschen größer wirken, ihr seht ja schon, wenn ich runterdrücke, äh, leicht runterdrücke, dass das weiß ist und das beim Auge dann etwas größer wirkt. Also einfach weißen Kajal, wenn ihr wollt, dass eure Augen größer aussehen. Wenn nicht, ein bisschen schwarz nehmen. Ich gehe jetzt nur in die Ecke rein. Und, ähm, benutze im Moment Vaseline einfach nur von Balea, ist sie ganz billig. Ähm, ja. Und da trage ich einfach von Anfang an ein bisschen was auf die Lippen auf. Und, ähm, ja, sonst benutze ich nur noch einen Schlegelstift. Ab und zu mal, wenn ich kurz irgendwie Pause gehen darf. Und ansonsten ist der Look eigentlich an sich im Gesicht her fertig. Ihr könnt natürlich noch ein bisschen eure Augenbrauen machen und sie ein bisschen kämpfen, was ich auch schon getan habe. Ähm, ich persönlich würde sie aber nicht nachziehen auf der Arbeit, weil ich einfach finde, dass es sonst ein bisschen zu streng wirkt. Wenn ihr aber doch was auf die Lippen haben wollt, kann ich euch den Lipstain von Catrice empfehlen. Das ist eine Farbe, die jetzt auch besonders gut dazu passt. Ich werde ihn jetzt mal auftragen. Ich habe noch, äh, ich habe noch das drauf. Und das ist jetzt aber erstmal nicht schlimm, weil ich finde, wenn man vorher schon ein bisschen Lippenbalsam drauf ist, verteilt sich die Farbe vom Lipstain einfach besser. Bei der Frisur ist es gar nicht so schlecht, wenn ihr die Haare gut durchgekämmt habt, weil ihr dann einfach besser mit dem arbeiten könnt. Und, ja, es ist eigentlich eine ganz einfache Dutt-Frisur. Also einfach nur mit einem Dutt-Kissen bzw. mit einer Sockel klappt das auch super. Ich wollte es euch nur noch mal kurz zeigen. Wenn ihr sehen wollt, wie man die Haare um den Dutt wickelt, was halt etwas länger dauert, deswegen mache ich das nie, ähm, könnt ihr euch natürlich das Dutt-Kissen-Video anschauen. Ansonsten kann ich euch diese Technik empfehlen. Und zwar ist es bei mir so, einen Moment, dass ich die Haare alle nach hinten käme und dann versuche, einen hohen Zopf zu machen. Für die Frisur braucht ihr jetzt noch ein Dutt-Kissen und ein paar Haarnadeln und noch ein paar Haarklammern. Ähm, das könnt ihr eigentlich alles bei Haunt M kriegen, DM, Müller, also, ähm, so Dutt-Kissen gibt es ja mittlerweile fast überall. Oh, doof, wenn man so lange Haare hat. Also ich würde euch an meiner Stelle, ich zeige euch ganz kurz Dutt-Kissen, ein größeres Dutt-Kissen empfehlen, wenn ihr so lange Haare habt wie ich, ähm, weil es dann einfach besser geht. Ansonsten ist es so, kann ich schon mal sagen, euer Dutt-Kissen wird einfach komplett zerstört, umso öfter ihr das macht. Also wenn, würde ich euch vielleicht auch eine Socke empfehlen. Ist vielleicht auch nicht so Dutt. Nur durch so ein Dutt-Kissen lassen sich halt die Haarnadeln und so einfach besser durchstecken. Nun werde ich einfach hier Haare nehmen und zwar diese drumstülpen und einfach versuchen, unten reinzustecken. Müsst es natürlich am Anfang gerade langsamer machen. Besonders heftig ist es, wenn ihr ganz, ganz viele Stufen habt. Das ist einfach nur scheiß schwer dann. Aber ansonsten könnt ihr auch die Haarsträhnen einigermaßen erfühlen. Und ja, einfach alles schön reinstopfen. So, hier fehlen einige Strähnen. Ich habe es dann auf die Reihe bekommen. Ihr seht, dass es auch so halten würde. Aber ich finde einfach, um die Form ein bisschen besser hinzukriegen und dass das Ganze halt einfach ein bisschen ordentlicher aussieht, würde ich ein bisschen, ähm, ja, ein paar Klappern verwenden. Natürlich habt ihr dann auch die Sicherheit, dass es einfach länger hält. Die Teile, ähm, viele schreiben immer, dass sie Probleme haben, dass sie auch halten. Bei mir ist es so, dass ich einfach versuche, wie so einen kleinen Widerhaken zu machen. Und zwar sie reinstecke, nach in die Richtung und dann nach innen wieder reinschiebe. Und ja, das ist eine Technik, die bei mir eigentlich ganz gut funktioniert. Und so halten die Teile meistens dann auch. Aber ansonsten ist das hier mein Look, um zur Arbeit zu gehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen inspiriert und ich hoffe, ihr findet es nicht too much. Ähm, ich finde den Look ganz gut, damit einfach so ein bisschen frisch in euer Gesicht kommt und die Frisur sieht vollermaßen aus. Ähm, ja, der Dut ist eigentlich zum Glück mal nicht schlecht geworden. Hatte ich heute mal Glück gehabt. Und, ähm, ansonsten bis zu meinem nächsten Video und lasst mich wissen, ob es euch gefällt. Bis dann. Tschüss!